Hallo und herzlich willkommen bei Mein Anders TV. Heute sitzen wir in der A-Klasse mit Joschka. Hallo Joschka. Moin, moin. Und wir zeigen euch heute die fünf witzigsten Hey Mercedes-Antworten. Genau, wir probieren das mal aus, was die uns so sagen kann hier. Da freue ich mich. Darf ich anfangen? Hast du schon eine Frage? Ja, hätte ich. Ja, mach. Hey Mercedes. Ja, bitte. Ich liebe dich. Sie sind auch nicht übel. Sie sind auch nicht übel? Okay. Hast du noch einen? Hey Mercedes. Ja, bitte. Was hältst du von Audi? Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Hast du noch einen? Ja. Hey Mercedes. Ja, bitte. Was ist dein Lieblingsfilm? The Fast and the Furious. Aber davon bin ich immer so aufgekratzt. Ich hätte noch einen. Bist du sicher? Ja, so ein Easy. Okay. Was ist dein Lieblingslied? Ich glaube, mein Name kommt in ziemlich vielen Rap-Liedern vor. Das gefällt mir. Ist doch so. Klar. Hey Mercedes. Ja, bitte. Magst du mich? Ich mag Ausflüge. Das heißt, die hasst du dich jetzt oder mag die dich nicht? Heiß ich nicht. Ja, Joschka, da will ich mir nochmal Gedanken machen. Ja, Hammer. Also wenn ihr vielleicht noch welche, wenn ihr vielleicht doch mal Fragen habt, die wir ausprobieren sollen oder wenn ihr sagt, das ist auch noch lustig, haben wir mal ausprobiert und wir sollen das mal filmen, dann schreibt uns einfach unter den Kommentaren. Ansonsten würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.